Diese Ratte besitzt wahre Superkräfte, denn sie hat den sechsten Sinn. Forscher der amerikanischen Duke University haben ihr Gehirn mit einem Infrarotsender verbunden. Die Elektroden brachten die Wissenschaftler an der Hirnregion an, in der eigentlich der Tastsinn des Tieres verarbeitet wird. Durch eine neue Verknüpfung fühlen die Tiere Infrarotlicht, welches für sie eigentlich unsichtbar ist. Die Forschungsergebnisse sollen nun in der Blindenforschung helfen. Man hofft bald sehbehinderten Menschen den sechsten Sinn zu verleihen und ihnen so den Alltag zu erleichtern. Dazu soll eine Hirnregion mit einer Kamera verbunden werden. Die Menschen sollen so das, was die Kamera sieht, fühlen.